Astrin Lorenz! Astrin Lorenz, meine Damen und Herren! Astrin Lorenz. Wir sind in wieviel Monaten? Nächsten Monaten. Astrin Lorenz. Ich möchte ganz konkret wissen, was wir jetzt tun können. Sie können nichts tun. Habt ihr eigentlich mal darüber nachgedacht? Das Kind nicht zu bekommen? Er ist mit deiner Mutter da drüber, aber nicht mit mir! Willst du hin? Wir wollen das Kind doch! Ich muss jetzt keine vorschnellen Entscheidungen haben. Hör auf! So ein Kind, das ist ein Full-Time-Job. Und da ist keine Bühne hier! Das Kind! Vielen Dank.